Ein herzliches Willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's Plus, dem Remake vom, äh, Remake quasi, also das hier ist, wie gesagt, das Remake vom, äh, FNF Plus, was nie rausgekommen ist. Ähm, wir sind gestern stehen geblieben bei Nacht 3, ähm, und, ja, das spielen wir jetzt. Wir haben jetzt hier wieder dieses, ähm, ach ja, wie heißt es? Ghost Hunting, ah, hier. Das hört sich wirklich an wie so Country-Music, ne? Auch interessant, dass das so ein, also, dass man damit Geister finden kann. Ähm, gucken wir mal, ist hier noch was? Da oben blinkt, hier. Sweet Little Girl, singt der, hier. Ja. Ah, dann ist das so, dann stört sich das, ah, kann das sein, dass das wie so ein Radio ist und sich das dann so stört, wenn die Geister in der Nähe ist? Perfekt, okay. Ah ja, stimmt, jetzt sind wir wieder, oh nein. Da sind wir wieder. Aha, wir, wir hören dem Call diesmal zu. Ah, chill, ich bau nie, ist direkt weg. Oh, hello, hello, listen, I have great news. Perhaps, after this vizier closes, we will raise your salaries broke, 150 to 215 dollars. Ah, also, at the moment we have the opportunity to buy out our old pizzeria, but sadly, all that remains of that pizzeria is the name of the pizzeria. Soon, they want to turn this place into a horror attraction, but according to the documentation, construction can begin no earlier than 2012. Well, that's it, almost 20 years later, it is unlikely that they will just wait for the moment, so today I'm just going to send a letter asking for the protection of this location. It's very complicated, but I hope we are lucky. Actually, that's all, we'll hear from you tomorrow night. Yeah. Okay, ja gut, ähm, ich bin mal gespannt, dass wird was, ne? Hm. Das wird sehr interessant. Okay, Freddy hat sich bewegt. Mhm. Oh, mein Gott. Okay, Chica ist in der Küche. Ähm, Barney macht da drüben Party oder so. Oh je. Das. Gut, im Prinzip müssen wir aber hauptsächlich auch nur da drauf packen und ab und zu mal auf. Oh oh. Bah. Kommt der dann da? Oh mein Gott. Verdammt. Gut, da bleiben wir jetzt erstmal einmal so. Um Energie zu sparen. Der müsste einfach nur da hier durchkommen, ne? Ich meine ja nur so. Oh oh, wir haben 59% noch nicht mal die Hälfte der... Okay, doch, die Hälfte der Nacht. Da ist Freddy, okay, beim nächsten Lachen müssen wir einmal aufpassen. Machen wir einmal zu. Mhm. Ja, das wird jetzt kritisch. Das war richtig knapp. Das war richtig knapp, Leute. Ich denke mal, Pirates Pope ist wieder... Wir können ja noch einmal bis... Okay, es ist gleich 4 Uhr. Okay. Verdammt, sagen wir es mal so. Da ist... Okay. Ich werde hier jetzt auch weniger reden einmal. Okay, da ist Chica. Jetzt runter, weil ich glaube, wenn Freddy hier ist... Ja, guck mal, guck mal, die sind beide da. Oh mein Gott, du... Oh Gott, wir haben 23%. Shit, okay. Das ist wirklich kritisch. Ich halte meine Maus hier. Oh, oh, 15%. Das wird sauknapp. Das wird sauknapp. Das war jetzt richtig knapp. Oh, oh. Oh, ich dachte gerade... Das ist Freddy. Nein. Das wird richtig knapp. Bitte, bitte, bitte. So. Perfekt. Oh, wir haben es geschafft. Junge. Hm. Das war jetzt aber... Alter. So. Das war nach 3. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, zumindest das heutige Video kürzer zu halten, weil ich heute leider weg... Wie jetzt hier... Also jetzt weg muss. Ich werde das jetzt unterwegs noch schneiden. Ähm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Like oder andere. Schaut doch gerne auf Twitch vorbei. Morgen kommt dann Nacht 4. Vielleicht sogar im Pack mit Nacht 5. Ähm. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Das war's für heute.